Mal was anderes zum Thema Komfortzone. Vielleicht kennst du so etwas auch. Du hast eine Idee, ein Ziel. Bist total begeistert, gar on fire. Dein Herz schreit, ja. Doch dann geht's los mit den Gedankengängen. Okay, halten wir fest. Wenn, dann. Flixbus, Zugverbindung, Shannon Car, davon schmeckt ja gar nichts. Soll ich es machen oder soll ich es nicht machen? Das Spiel beginnt. Pingpong. Soll ich oder soll ich nicht? Das gleicht einer Spaltung. Was ist richtig? Was ist falsch? Ist es sinnvoll oder nicht? Bringt es mir was oder ist es nur wieder eine dumme Idee? Die Endlosschleife beginnt. Gedanken daran, was du alles tun darfst, um deine Chancen zu ergreifen, bringen dich schon aus der Komfortzone. Auf unbekanntes, unbequemes Gelände. Und bringt dich dazu, dich vor die Wahl zu stellen. Nutzt du die Chance oder bleibst du lieber zu Hause? Im Safehouse, da ist alles bekannt und auch bequem. Hier fühlen wir uns sicher. Hier kann uns nichts passieren. Ganz sicher. Denn du folgst deinem Alltagstrott. Trittst täglich in die gleiche Spur von gestern, weil du es so gewohnt bist. Die Frage, die sich stellt, ist es wirklich das, was du willst? Wenn du jetzt sagst, ja, ich fühle mich hier sicher, hier kann mir nichts passieren, dann ist das selbstredend okay. Dann wundere dich auch nicht, wenn der Punkt in deinem Leben kommt und eine Sinnkrise dein Leben grüßt. Und auch nicht wundern, wenn dich dann Fragen begleiten wie, warum bin ich hier? Was ist meine Aufgabe? Ist das schon alles? Doch Achtung, das kann gefährlich sein, als eine Chance wahrzunehmen. Das kann dich in eine Tiefe ziehen, in der du nicht so leicht wieder rauskommen kannst. Was also tun? Was also machen? Halten wir fest. Schon Gedanken können uns aus der Komfortzone bringen. Gedanken, die oftmals auf Angst basieren. Ja, oft ist es die Angst vor dem Unbekannten. Angst, nicht zu wissen, was auf uns zukommen wird. Angst, keine Kontrolle darüber zu haben. Es gleicht einem Sprung ins eiskalte Wasser. Wenn du an diesen Punkt kommst und es wahrnimmst, dann wisse, dass wir in einer Zeit lebten, in der uns antrainiert wurde, mehr auf unseren Verstand als auf unser Herz zu hören. Doch genau darin liegt unsere wahre, unerschütterliche, unbesiegbare Kraft. Das Geheimnis deiner Power liegt im Ursprung deines Vertrauens. Vertrauen in dich, Vertrauen darauf, dass du mit jeder Situation zurechtkommst. Vertrauen darauf, dass du immer einen Weg gehst, der zu deinem besten Wohl ist. Vertrauen darauf, dass alles gut ist bzw. gut wird. Du bist mächtiger, kräftiger, als du vielleicht denkst. Nutze dieses Wissen in deinem Safehouse. Reflektiere, bewerte, stell dich, wenn möglich, hier neu auf. Hier kannst du dir Gedanken um deine Sicherheit machen und entsprechende Strategien aufstellen, denn hier bist du sicher. Tu es nicht erst auf offener See und stürmischem Wetter, das sich als Krise darstellen kann. Hab ein offenes Herz für dich und dein Leben. Nutze die Chancen, die dir das Leben bietet. Sie kommen nicht ohne Grund. Lass deine Zweifel hinter dir, denn Zweifel können zum einen in Angriffssituationen ein Todesurteil sein, dich an einem freudvollen Leben hindern und zum anderen wegen fehlender Entscheidungsfreudigkeit viel Geld kosten oder anderes. Es ist deine Entscheidung. Du hast hierzu freie Wahl. Doch ist es nicht besser, wenn du jeden Tag dafür nutzt, zu lachen, zu tanzen, auch anderes und dem Leben mehr Leichtigkeit zu schenken? Es ist deine Entscheidung. Du hast hierzu freie Wahl. Die freie Wahl, angstmachende Gedanken einzuschränken, Zweifel zu eliminieren, entscheidungsfreudiger zu werden und jeden Tag etwas mehr. In diesem Sinne, das Beste für dich, deine Bianca.